Unbemerkt und tief im Darm lebt ein kleiner Wurm. Es ist dunkel, es ist warm und manchmal tobt ein Sturm. Wo die Sonne niemals scheint, fand er ein Zuhause. Vom Salatblatt mitgegessen, wie in Saus und Braus. Sein Wirt fand heute Blut im Stuhl und ging zum Doktor hin. Das Röntgenbild war gar nicht cool, der Mann ist viel zu dünn. Tablett hingegen, Parasit, so mühsam festgesaugt. Giftig bis ins letzte Glied, dann ist er ausgelaugt. Mit letzten Kräften auf dem Klo wird er rausgedrückt. Das kleine Tierchen, gar nicht froh, wird einfach weggespült. Zum Abendbrot gibt's Hackfleisch pur, der Spaß ist nicht vorbei. Denn bis zur nächsten Wurmkur schlüpft ein neues Ei.